Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plane Talk. Ja, heute lassen wir die Passagiere draußen oder wir entfernen sie aus dem Flugzeug gedanklich und wir füllen die Flugzeuge mit Fragen. Der CEO von Lufthansa Cargo ist also die einzige Frau im Lufthansa-Konzern, die gerade eine Airline führt. Sie sagen eigentlich nur das ganz selten, alle das Gleiche. Sie ist sehr nett, sie ist sehr umgänglich, sie weiß genau, was sie will, sie weiß genau Bescheid, ist dabei eben angenehm, unaufgeregt und sehr kollegial. Hallo Frau von Boxberg. Hallo Herr Späth, wie schön Sie zu sehen. Lufthansa Cargo trägt im Moment 20 Prozent zum Umsatz des Konzerns bei, vorher waren es nur sieben. Also Luftfracht ist wirklich sexy gerade. Es ist wirklich ein sehr hohes Interesse an den Frachtfragen. Das war letztes Jahr natürlich sehr stark, dieses Thema rund um die Pandemie. Also wer bringt als erstes die Schutzmasken, wann werden die Impfstoffe geflogen. Würde die Fracht nach Corona einpendeln, ist es ihr eigener Beförderungsleistung, aber auch die Branche generell. Das ist wirklich die schwierigste beantwortende Frage. Können Sie mittlerweile der Fracht auch eine ähnliche Sexiness abgewinnen wie der Passage? Also in der Tat, ich finde Fracht tatsächlich sehr sexy. Es kommt allerdings nicht von coolen Designern oder schönen Sitzen her, sondern es kommt daher, was man inhaltlich tut. Dass man einfach die Dinge, die gebraucht werden, transportiert.